Ein Zimmer im Haus der Geschichten in Linz beflügelte Regisseur Andreas Baumgartner zu einem Stück über Franziske Jägerstädter. Dieses wiederum inspirierte Roland Ploner, Sigrid Blauensteiner und Andreas Baumgartner zu einer Ausstattung, die, sich anhand historischer Fotografien orientierend, einen Theaterraum, einen Wohnraum entstehen ließ, der die Besucher vergessen lässt, dass sie eigentlich im Theater sind. Ein Raum, der ihnen im Augenblick des Spiels durch seine detaillierte und liebevolle Gestaltung ein Gefühl von Wachhaftigkeit vermittelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017